Moin zusammen, Toni hier von Game of Lewis. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir kommen zurück zum von mir vergessenen Türchen Nummer 16. Da ich den Kalender vorproduziert habe, ist es mir überhaupt nicht aufgefallen, dass ich die 16 übersprungen habe. Hol ich jetzt hiermit nach. Kommt natürlich ganz normal in der Playlist. Also ihr verpasst jetzt hier kein Türchen oder sowas. Von daher wünsche ich viel Spaß bei Türchen Nummer 16. Wer wissen möchte, was drin ist, nach dem Intro geht es weiter. In Türchen Nummer 16 wartet auf uns von Fish Up ein Creature und zwar die Larven sind los, steht oben drauf. Und dann schauen wir doch mal, was uns hier drin erwartet. Das sieht, oh ja, also ich werde den nicht auspacken. Fish Up ist halt echt widerlich, aber extrem interessanter Köder, würde ich mal sagen. Der Diving Bug in 2 Inch. Die Farbe ist Dark Violet Peacock and Silver. Da ist er einmal, sieht aus wie ein unter Wasser raubendes Insektenlarven-Emitat. Mir fällt der Name nicht ein, aber er sieht auf jeden Fall wild aus. Geile Farbe, geile Flakes und schöne kleine Details. Auch nochmal hier hinten am Schwanz die kleinen Fühlerchen, die kleinen Weinchen, unten der Kopf. Geiler Köder und ich glaube, der wird massiv Fisch bringen. So, das war Türchen Nummer 16. Morgen geht es dann ganz normal weiter mit Türchen Nummer 17. Also, würde ich jetzt sagen, in dem Sinne. Einen schönen Tag euch und bis morgen. Euer Toni.